ich sehe dich auf einer reise einer langen reise du bist captain eines schiffs ja ich sehe was was sehen sie nur bursche ich will pirat werden ja gut aber man wird nicht einfach pirat wo man doch noch fragt du musst durch die drei prüfungen das ist nicht die beste zeit wie die island zu besuchen eine sehr schlechte zeit sogar ich rate dir dringend einen anderen urlaubsort aufzusuchen einen sicheren ort